hier mit dabei ist ja schon wir machen die moine so challenge die wir uns ausgedacht haben hat den namen vergessen und also eine challenge hat ja genau so ist hier und als ich dann auf jeden fall mal so ja wie dankbar plötzlich einig wird es waren die bildlich vielleicht damit über diesen aus welchen ließen ich gehe das außer das bisschen groß auf jeden fall hauptsache du stirbst nicht und leute dieser eine challenge wir werden viele videos machen da wo wir die eine challenge machen es gibt viele eine tatsache wie zum beispiel wir machen zum beispiel eine haus challenge eine waffe 1 1 für die ganze match zu überleben wer länger überlebt und so weiter dort solche challenge in die kommentare was wir demnächst machen sollen wo wir zuerst anfangen sollen mit was wir zuerst anfangen sollen oder hat ihn eine neue idee jetzt in die kommentare von max katzke leute nicht vergessen der kräuter code max katzke jetzt in den alten shop eintragen sonst kommt ich heute nacht soll ich zu hause und gebe euch keine merken ok die kann nichts mehr werden die kann nichts mehr werden ich habe vergessen das ist ein falscher haus nenne ich mal okay ich habe schon mal gute sachen gefunden in meinem haus bei mir sind brutus keine ahnung was ok aber man kann gute sachen ich hoffe ich sterbe nicht ok leute macht bei mir ist direkt irgendwo einer bei mir sind ich hoffe du stirbst das ist das wichtigste aber wenn ich jetzt sterbe hast du schon direkt gewonnen ja das ist aber ich bin überfordert zu töten oh mein gott so meine haupt hier an ja moin ok ich denke ich werde sterben noch ein gegner also ich bin doch nicht fertig mit meinem haus rufen gell aber mir ist noch ein typ der noch eine schöne jagd äh sniper hat also leute ich möchte in jeden fall wenn ihr nur ein ich bin gerade fast von einem bot gestorben und jetzt habe ich beim ersten schluss sind nicht weit getroffen ja 105 leute ich darf kein hier nehmen bestimmt ja oder doch doch hier darf man überall jetzt ich bin jetzt also was hier darf man überall nehmen ja alles klar ja das war ja das war ja darf man auch weil ich weiß nicht weil also her ich kommt also sachen denkt ja würde ich sagen das wir mal lasten wie sehr könnt ihr also keine waffe ja also ich würde sagen wir doch so ab jetzt Jetzt wär's perfekt, wenn du an der Zone verreichst. Äh, was? Oh, shit! Danke, Ehre, Mann! Sagt's mir so genau. Okay, Hausblut ist schon mal vorbei, Leute. Mein Haus ist es hart, auf jeden Fall. Ich hab' einen richtig guten Blut, Mann. Das sind die hier unten. Ja, da ist einer. Ich zähl mal, wie viele die sind. Es gibt hier, glaube ich, 5, 2, 3, 4, 5 Stück, genau 5 Stück. Und es sind auch 5. Äh, es könnten gute 5 Faketten, wo jeder einzelne Agenten ist. Stimmt, es sind glaube ich auch 5 Agenten, oder? Sind 5 Agenten? Ich weiß es nicht. Oh, ich bin 5, äh, Teile. Also, es könnte sein, Leute. Es könnte einfach sein, Leute. Mal so drücken, Leute. Es können auch 5 Raketten sein. Aber so kleine Raketten, wo er so richtig nur gerichtet hat. Oh, liegt auf meiner, Mann. Spaß. Das können wir hier haben. Sei ich nur ganz gechillt da oben, kann man auch so machen, oder? Oder kann ich dir alles weggeraden? Ich bin da, was? Das ist ja Challenge, Mann. Aber wer sagt, dass du es warst? Ja. Nein! Er hat es halt wirklich geschafft, Mann. Geil. Ey, das Ideen musst du aber dann gut schneiden, gell. Das sowieso, Digga. Ja. Ja, Mann. Du kannst dich gut, Mann. Aufheben. Ja, okay. Zeit in Challenge. Du weiter gehst. So. Alter, Junge. Das Leben noch. 9, 20, 20, 20, 20. Wo, 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 wo? Gegner. Perfekt. Aber ich würde sagen, wir dürfen uns auch gegenseitig helfen, oder? Mega. Wir dürfen. Auf jeden Fall, wir müssen gegner. Hab ihn. Das ist auch gut. Black Client von mir. Ja, Level 106. Perfekt. Fast auf jeden Fall. Also, ich schicke dir einen Blick, glaube ich, auch. Level 106 geworden, wenn wir uns zum Zweck. Ganz schön. Perfekt. Perfekt. Ach,세요. Verdammt. Er schwitzt nicht mehr normal rein, Deutschmann. Oder ich bin so schlecht, ne? Bei wen hört. creamerkel hübsch. Nach 2012. dann. der drei kinder so von daher hat er schon gewonnen bis ich bin erster gestorben außer überlebnis auch ehre noch bei slipper aber wenn du ihn holst man der typ ist beim bauen er sitzt und alles warum macht man nur zuerst im in-game weil ich meine jetzt spät man die wir auf den marktwertschiff Ich wollte ihn ja nicht runterschießen, aber das schießt doch Hä, wie lost ist der? Der hat sich gerade selbst runter in der T-Zone Ja, man Würdest du wieder da im Boden dran, würdest du dann weg schon dran, oder? Meine Karte Ey, schieß alles runter Ja Ne, das ist mir zu viel, kein Bock Ok Also er hat mich jetzt wirklich gewonnen, ich bin ehrlich Ich war jetzt gerade wirklich schlecht, ich weiß nicht warum, aber ich denke Das liegt einfach daran, weil Marco Drohler einfach beim Bauen, weil ich habe, ja ich hasse Baufight, wenn ich mit kaputten Drohler Das ist schwer für mich, deswegen habe ich die Baufahrt auch gegen mich gewonnen, dann hat er mich wohl Der Name Krass, Mann Das ist kein Name, das ist Auto-Aim, verstehst du? Ne, Mann, für mich ist es Auto-Aim plus Aim Kombination Auto-Aim nicht Aber ich würde sagen, nächstes Mal machen wir so, dass wir einen Hauf-Challenge machen, dass wir mit, also auch, dass man mit beleben macht, aber das Ding ist halt, machen wir dann auch so, egal wer gewinnt, bin ich ehrlich bin, dann machen wir so mehr, dass wir, ähm, weiß ich meine, dass wir zusammen Schaust du es noch? Ach egal, ich heiße noch auf Irgendwann So, ich gehe mal aus der Finger Dann würde ich halt sagen, dass wir halt so machen, dass, ähm, wir einfach versuchen, zusammen mit dieser Waffen einfach winzuholen Das ist immer so Challenged da Ja, mein Sponsor ist weg, Idiot Aber mit einer Pistole umzugehen, das wird nicht so schwer sein hier Ach ne, da sind hier die nächsten Gegner halt, egal Was ist denn der Waffe für? Hier in dem Haus drin ist eine Waffe So, im Neutron MP ist da Ja, da sind noch, äh, ah ja Oh, der schwitzt auch, eh, das ist hart Was auch, der ist möglich, der schwitzt ja, keine Ahnung Die Tore, die Tore, die Tore, die Tore Oh, ich gehe an der Gela Oh, ich habe einen riesenabbau noch Ich habe den Schutz Schutz mich Du hast ihn anschießen, äh, ich lenke ihn gerade ab Der da oben Der da oben Ah, nein, Mann, Baudo Du Scheiße, du Junge, Mann, egal Passt auf jeden Fall Komm Ja, der ist so lost Schau mal, schau, 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 schau Schau, 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 schau Wie lost der Typ ist Also nicht du, Max, Alter Der Typ, der, der los hat Ja, ich weiß schon Das ist immer normal Ja Schau, 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 wie er spielt, Mann Schau, wie er spielt Das war's mit diesem Video, Leute Haut rein Bis zum nächsten Mal Und Nicht vergessen die Glocke zu aktivieren bei beiden Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal Ja 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 La Ja 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 Bis zum nächsten Mal.